herzlich willkommen zur 24 folge aus der gute kollege schlachter mann hier der muss mal kurz war ein bisschen unterstützung ich habe das jemanden runtergestellt damit nicht so viel links aber mit zehn und da haben sie sieben also wir müssen hier mal nägel du bist du hier du bist der mittel part haben gar nichts mehr mittel part 1000 nägel 2000 haben wir gar nichts mehr fertig fertig nicht fertig nicht fertig nicht fertig nicht fertig bei weitem nicht fertig oh je 2000 sunflowers 2000 weizen es wird langsam ein bisschen besser nein das war der falsche 680 getrockneter fisch das ist schon mal in ordnung so wir müssten ist das mal so langsam hinbekommen mit dem leim 32 offene jobs da und da noch aber die brauchen eigentlich gar nicht mehr so viel weil die sind ja schon relativ weit eigentlich schau mal es ist morgens also bei mir jetzt gerade ist es jetzt morgens kurz nach 6 ich wollte morgen eigentlich schöne sonnenaufgang film aber leider gottes wetter ist geil ach so mache ich mit der drohne natürlich deswegen wetter ist geil aber es ist leider viel zu windig draußen also sitze ich jetzt noch ganz gemütlich am pc morgens um sechs oder halb sieben müsste es jetzt sein und arbeite hier ein bisschen meine folgen ab nebenbei ist der hochladen müssen geht nicht mehr so jetzt arbeiten wir hier und helfen da halt mit so jetzt schneidet es jetzt hat sich das hier womöglich erledigt was heißt priorisiert das heißt wir haben wir schon in der fahrung wir haben ein probiertes panel Hm. Hm. Okay, und guck mal, jetzt ist es Winter. Und wir haben jetzt, selbst im Winter, keine freien Arbeiter. Das gibt es doch nicht. Tausend. Wir haben doch genug. Gut, Limestone ist hier fast nichts mehr. Da oben haben wir noch 10.000 Limestone. Steine ist da halt auch so gut wie nichts mehr. So, das haben wir alles. Ja, working progress, working progress. Da können wir nicht. Das haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Wir haben alles. Ich möchte jetzt nur mal gerne wissen, was noch passiert, wenn wir das hier. Also wenn wir dann hier, was soll denn da rauskommen eigentlich? Was produzieren wir überhaupt? Räder. 500 sind noch erwartet. Hier oben wird fleißig weiter Häuser gebaut. Nägel haben sie jetzt auch wieder. Trotzdem immer noch 15 offene Jobs. So, ja, Lime haben wir leider nicht. Wir machen ganz kurz auf Pause. Horsow. Haben wir. Chicken Egg. Nein. Salo. Haben wir. Mehl. Nö. Buchweißen. Sunflower Oil. Ja. Getrochener Fisch. So. Was kriegen wir denn rein? Was kriegen wir denn rein? Fisch. 500 geben wir aus. Damit ersten 100. Zweiten 100. Mehr haben wir nicht. Zum Ausgeben. Wir gehen hier mal auf 60 Prozent runter. Das ist hier nach Möglichkeit keiner arbeitet. Ja gut. Wenn halt absolut Notfall. Charcoal 6. 9000. 1000. Man sieht aber auch hier nicht. dem bätschen ihr braucht 3000 war waren wir das nicht so 3.000 wenn eckte flavors wie gesagt charco bei sehr erst auf 3.000 in leistung weil er ist auch 5000 5000 ist schon hart so der tresor macht 400 minus gehalten bisschen unterschrauben gehalt wird man immer so lassen schausch na gut es kommt jetzt gerade ein bisschen hoch weil wir halt verkaufen sunflower wird noch verkauft export wo wir natürlich honig oder so was na honey pack mal den honey rein so du hast genug du hast genug sind vor 2700 ja noch ordentlich weizen feierbezelklause seife milk sunflower eul fleisch potatoes fisch 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 buchweizen wie sieht es mit honig aus schöner honig schöner honig hört sich doch gut an oder und jetzt brauche ich auch ach jetzt kriegen die ja auch limestone für co-end together prozess kann das sein dass das audio da muss ich nur man hätte es mal ein bisschen leiser machen aber ich glaube so ist besser oder neun offene jobs noch das hört sich doch schon mal nicht schlecht an hier brauchen wir hier noch ein paar häuser hin so was ist hier los? stauraum eingangs oder was? ach so habe ich die was ist hier? ich habe es hier wieder ich habe es hier wieder ich habe es hier wieder Die habe ich so umgedreht. So, müsste es gut aussehen. Fellow, 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 Fellow. Alles da drüben ist Fellow. Da haben wir auch ein Fellow dabei. Und jetzt geht es natürlich wieder los. 136. Warte ganz kurz. Kaufen wir, kaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. 52 Import, Export deutlich höher. 350. Das ist fertig mit Seen. Da sind sie dran. Sollte aber relativ zügig fertig sein. Dann geht es zum nächsten Feld. Da sind auch schon gute Leute drauf. Sehen, 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 sehen. Das muss diesmal gut laufen. Wir müssen hier ordentlich growthen. Kartoffeln. Okay, ihr habt das im Griff. Dann können wir da wieder 5 Plätze frei geben. So, hier haben wir wieder genug drin. So, hier haben wir wieder genug drin. Was sind die hier alle? Du hast noch keins. Du wirst eins. Du wirst eins. Okay. Das sieht doch schon besser aus jetzt hier. Limestone. Limestone. Frequent Leer. Da müssen ja Millionen rauskommen dann. Wir brauchen Limestone. Wir brauchen Limestone. Wir brauchen Limestone. Kümmern euch mal um Limestone. Egal. Fertig, 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 fertig. 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 Fertig, Fertig, Nicht Fertig. Das heißt ihr seid gerade mal bei Nummer 3. Katastrophe. Sind die Felder zu groß eventuell oder nicht oder doch wie gesagt also eigentlich sind wir mit dem Content am Ende mehr gibt es aktuell nicht. Die Entwickler sind dran, es kommen Updates, 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 aber wie gesagt das würde ich ganz gerne noch sehen, diese Lime-Kills, damit wir hier auch mal Leder herstellen und dann wird das Projekt erstmal pausiert bis zum nächsten Update, weil es kommt ja hier, es kommen noch neue Gebäude rein, weil so wie gesagt du kannst jetzt halt noch größer, größer, größer machen, Häuser bauen, Häuser bauen, Häuser bauen, wir haben jetzt wieder 340 Einwohner mehr und wie gesagt das würde ich halt noch gerne sehen und dann gibt es eine Pause. Ich denke mal so 2-3 Folgen noch, dann sollten wir das hinbekommen, wenn unsere Arbeitskräfte hier mal Vollgas geben, aber es ist halt, es sind nur die beiden Limestone, das heißt wenn das leer ist, geht es sowieso nicht weiter oder wie? Ja, müssen wir mal schauen. Gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.